DOR! 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 Ibernarisch, Kranke schießt ein! 3 zu 2 für Österreich! Meine Damen und Herren, wir folgen es um den Hals! Der Kollege Rippel, der Diplomische in der Bosch, wir busseln uns ab! 3 zu 2 für Österreich! So kein großartiges Tor! Unsere ist Kranke! Der hat alles überspielt, meine Damen und Herren! Und warte uns noch ein bisschen, warte uns noch ein bisschen, dann können wir uns vielleicht ein Viertel genehmigen! Also das, das musst du miterlebt haben! Jetzt bin ich aufgestanden, alle Südamerikaner mit ihrem Tor hoch, ich glaub, jetzt haben wir es geschlagen! Angefangen bei der Deutschen, aufpassen, wie der Koffer wäre! Das Leder kommt immer nach links zu Betzei! Betzei war jetzt, jetzt furcht und falls nicht rum.